2013 im Tarifgebiet der IG Metall, dort arbeiten die Kolleginnen und Kollegen so viel wie noch nie. Doch das war den Arbeitgebern immer noch nicht genug. Sie forderten noch mehr Flexibilität und Überstunden, ohne auch nur mit ihrem Geldbeutel zu zucken. Das Leben wurde teurer und teurer und die wunderschöne Prinzessin 5,5 wollte sich um uns kümmern. Und dafür sorgen, dass wir uns ein Leben selbst finanzieren können. Das war den Arbeitgebern zu viel. Sie entführten die Prinzessin und wollten sie nicht mehr ans Licht des Tages lassen. Hätten sie die Prinzessin einfach freigelassen, hätten sie uns eine ordentliche Entgelterhöhung beschert. Dadurch hätten wir noch mehr Taler zum Ausgeben gehabt und hätte auch noch die Wirtschaft angekurbelt. Aus unerfindlichen Gründen taten sie dies aber nicht. Stattdessen verweigerten die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen immer wieder die Freilassung der wunderschönen Prinzessin 5,5. Unsere Ritter der Tarifrunde waren erschüttert. Deswegen mussten wir, die Kolleginnen und Kollegen der Metall- und Elektroindustrie kämpfen und die Prinzessin befreien. Nur durch sie wäre eine faire Verteilung und ein sorgenfreieres Leben möglich. Also machten sich unsere Tarifritter tapfer auf den Weg. Und ihre Suche begann in Darmstadt. Sie sammelten alle ihre Fahnen, Trommeln und Trompeten und wagten sich auf das Feld der Tarifverhandlungen. Mit 2000 Tarifhittern hatten wir versucht, den Arbeitgebern klarzumachen, wie wichtig die Prinzessin 5,5 für uns ist. Und wie sehr wir eine faire Bezahlung verdient haben. Doch trotz unserem Schwert der besseren Argumente waren wir wohl nicht laut und überzeugend genug. Deshalb stehen wir, die Ritter der Tarifrunde, heute hier in Saarbrücken, um die Prinzessin aus den Fängen der Arbeitgeber zu befreien, um unser Recht durchzusetzen. Uns stehen die 5,5% zu und dafür kämpfen wir uns. Was als Märchen begann, soll nun mit uns allen Realität werden. Wir sind kampfbereit! Und wir sind bereit! Und wir sind piloter! Und wir sind bereit!